Das ist die Galerie F5 am Franziskanenplatz. Das ist ein Bild von Peter Ammull, meinem Infaktor von 1960 von Kalabrien. Alle unsere Fotobücher waren hier zu sehen. Das Kuhleben und das Schweizer Bergleben. Das ist ein Bild von 1980. Wir haben damit einen internationalen Nikonpreis gewonnen. Hier haben wir die Fotobücher Luzerner Fasnacht und die Adelfestbücher von 1910 ab 2008. Das sind Bilder von Peter Ammull. Um 1960 klingt es ein Bild von einer Indianerin mit einem Vogelretten im Amazonasgebiet. In der Mitte ein Bild vom Machu Picchu Zoo. Leute, die aussteigen in Peru. Und rechts ein Jäger, auch in Südamerika, irgendwo in Peru im Dschungel. Mit einem jungen Leopard. Das sind Bilder von Gabriel Ammull. Die hat er gemacht in Kiew. Lomographie. Speziell schöne Arbeit. Das ist auch ein Bild aus Kiew von Gabriel Ammull. Das rechts ist ein Akt von mir. Auch 15 Jahre alt. Das ist ein Lichtakt. Ich habe nicht herum experimentiert und einen internationalen Kalender gehabt. Das ist ein Bild von Luzerner Fasnacht. Ein altes Bild, das ich handkoloriert hatte. Das ist dann reproduziert und auf die Größe vergrössert. Die Ausstellung dauert bis Ende Jahr. Wir haben alle unsere sechs Fotobücher hier. Die man hier zu sehr guten, ermässigten Preisen kaufen kann bei uns. Wir haben alle seine Gäste aufhör. Bis zum nächsten Mal.